Hallo Leute, hier ist wieder Katrin von 9999 Dinge und ich möchte heute wieder mit euch basteln. So richtig weiß ich noch nicht was, aber ja, das ist bei mir ja typisch. Ich stelle mir erstmal immer was hin, gucke mal, was in meinem Köpfchen sich dann so entwickelt. Und so wird das hier auch immer bleiben. Oster steht vor der Tür. Heute haben wir Montag, den 21. 20., zumindest jetzt bei mir. Ich weiß ja nicht, wann ihr dann dieses Video seht. Das heißt, in drei Tagen ist schon Gründonnerstag und dann kommt schon der Karfreitag und dann ist auch schon Ostern. Und ich habe es dieses Jahr wieder total verpeilt, euch hier sehr viele Osteranleitungen zu zeigen. Aber ihr wisst, dass ich war immer noch mit der Ü-Post beschäftigt und und und. Deswegen möchte ich das jetzt so in den nächsten Tagen ein bisschen nachholen. Mal gucken, was mir so alles einfällt. Und heute habe ich mir gedacht, ja, Ostern schenkt man sich ja eigentlich nur so Kleinigkeiten. Man übertreibt ja nicht so viel, ne. Also es ist ja nicht so wie Weihnachten, zumindest sollte es nicht so sein oder Geburtstag. Und ja, ich möchte mit euch heute eine Geschenketüte selber gestalten bzw. selber machen. Ihr könnt euch natürlich aus den verschiedensten Papieren eine Art Tüte basteln. Ich habe mich heute mal für hier so Butterbrot-Tüten entschieden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie mir selber gekauft habe oder ob ich sie in einer Ü-Post hatte. Ist ja eigentlich auch total wurscht. Ähm, ja. Die Butterbrot-Tüten sehen so aus. Sind ganz neutral weiß. Und hiermit kann man wunderbar basteln. Und ich fange heute mal an mit der ersten Variante. Und zwar möchte ich versuchen, diese Tüten mit Servietten zu verschönern. Und dass es dann eine schöne Geschenkeverpackung wird. Also, was braucht ihr dafür? Ihr seht es im Hintergrund schon. Ich habe mir wieder mal so alles hingestellt. Meine Ikea-Kistchen, wo ich viele Sachen von euch drinne habe, aus der Ü-Post sortiert. Das kleine Streu-Deko. Da oben, ganz oben, haben wir Glitzer. Hier haben wir den Glitzer-Kleber. Unten haben wir diese kleinen Döschen mit den Glitzer-Steinchen. Hier habe ich lauter, äh, ja, Deko-Streusachen. Servietten, Geschenkeband, Serviettenkleber, Geschenkeband, Geschenkeschleifen und normale Utensilien. Und zwar, ähm, ja, eine Lochzange, ein Messer, eine Schere, ein Lineal, ein Bleistift und natürlich Tüten. Und, ähm, ja, wir gucken mal, wie das zum Schluss dann aussieht, ne. Also, wir fangen an, indem wir uns eine Serviette aussuchen. So, ich habe mir ja diese hier beim Teddy gekauft und ich möchte jetzt mal, ja, dieses Motiv probieren, das hier irgendwie drauf zu bekommen, dass das Ganze auch noch schön aussieht. Und dafür nehme ich mir erstmal eine oder zwei Servietten raus. So, so, meine Servietten sind von der Ansicht her so. Das heißt, ich muss die mir dann so in diese vier Teile schneiden und als erstes befreie ich sie von den zwei Schichten. Das heißt, ich muss die erste Schicht abmachen und die zweite. Das machen immer sehr, sehr viele falsch. Also, ihr habt hier hinten wirklich zwei, ähm, Schichten, die ihr abziehen müsst. Nummer eins. Und theoretisch ist hier noch Nummer zwei. Ich gucke gleich noch mal. Oder habe ich hier schon beide erwischt? Ich habe, glaube ich, schon beide erwischt. So, das macht man schön ab. Jetzt gucke ich noch mal. Weil wenn ihr das nämlich nicht abmacht, wählt sich das dann beim Drauftragen. Also, dann geht da spätestens da die Schicht ab. Ich glaube, bei der Serviette, weil ich habe hier strukturierte, die sind irgendwie ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt muss ich mal hier lesen. Steht nichts da. Aber die scheint jetzt schon weg zu sein. So, jetzt mache ich mir hier vier Teilchen davon. Und so sieht das Ganze aus erstmal. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Möchtet ihr das wie hier so, zum Beispiel hier so drauf machen? Möchtet ihr den Blickpunkt hier haben? Dann würde ich zuerst sozusagen das festmachen und würde dann mit dem Rest das erweitern. Also, wie ihr die Ansicht haben möchtet. Und ich möchte als Blickpunkt dieses haben. Also platziere ich mir das auf meine Vorderseite. So, hier mache ich es nachher hinten zu. Also ist das meine Vorderseite. Und jetzt mache ich mir hier schön die Servietten drauf. Nicht zu viel, weil die Brottüten sehr dünn sind. Und ja, dafür mein Serviettenlein. Den habe ich von VBS. Den habe ich schon ewig, ewig lang. Und wo ist jetzt hier mein Pinsel? Ich habe mir doch für einen Pinsel mit hingelegt. Der ist verschwunden. Also muss ich mir auch noch einen Pinsel suchen. Jetzt muss ich mal gucken hier, dass ich an meinen Leim dran komme. Ihr könnt euch natürlich auch irgendein Gefäß machen, wo ihr den dann extra reinmacht. Und jetzt fangt ihr an, schön vorsichtig die Serviette hier drauf zu bringen. Sobald eine Serviette nass wird, reißt sie sehr leicht. Zumindest, wenn da hinten keine Schutzschicht mehr dran ist, die wir ja abgemacht haben. Also macht es schön vorsichtig, schön mit Gefühl. Und ich mache das jetzt mal. Und ich bringe dann auch noch gleich hier unten meine Motive an. Und dann bin ich sofort wieder da. So sieht das jetzt aus. Und es ist ja so, dass es sehr, ja, der Kleber ist halt nass, ne. Es geht sehr durch die Tüte durch. Und damit das an dem anderen Ende nicht hängen bleibt, also dass ihr zum Schluss die Tüte auch noch aufbekommt und es auch ordentlich trocknet, habe ich mir jetzt hier so ein Glas genommen und da werde ich die Tüte jetzt drüber stülpen. Es ist ja auch so, wenn ihr die Tüte aufmacht, dann geht die ja größer. Und das sieht ja nachher blöd aus, wenn das weiß bleibt. Das müsst ihr ja dann auch alles mit Serviette verschönern. Und das geht halt super, wenn ihr die jetzt so richtig schön aufmacht, stülpt die dann drüber oder über ein größeres Glas. Oder ihr nehmt ein Buch oder einen Gegenstand, der hier richtig schön reinpasst. Und dann könnt ihr das rundherum richtig schön gestalten. Und es liegt dann auch nicht so auf dem Boden auf. Also wenn ihr das jetzt so macht. Und jetzt könnt ihr dann weiter rundherum das schön machen. Und in der Mitte klebt das auch nicht aneinander, weil ihr ja, ja, die Luft drinne habt, ne. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Und sobald das dann alles getrocknet ist, ist die Tüte ja eh wieder beweglich. Hier würde ich so ein bisschen den Knick drinne lassen, weil durch den Serviettenkleber wird es doch härter. Und dann bekommt man eventuell die Tüte nicht mehr ganz so gut auf und zu. Deswegen würde ich so einen kleinen Knick drinne lassen. Und ja, ich bearbeite das jetzt rundherum und dann bin ich wieder da, sobald das Ganze getrocknet ist. So, fertig ist das Ganze. Ich hatte jetzt doch die Seiten freigelassen, weil es hier, ja, sehr fest wird. Und ich wusste jetzt nicht, ob das dann schön aussieht. Deswegen, wenn man irgendwas Flaches reinmacht, dann sieht man es ja eh nicht. Hat man irgendwas, wo das hier dann breiter ist, dann könnte man ja noch Wuscheln hinkleben. Oder man könnte es mit Aufkleber verzieren. Oder man könnte ein Geschenkeband irgendwie so runterhängen lassen. Also deswegen habe ich mich jetzt dafür entschlossen, das nicht zu machen. Dann guckt man, ob die Ränder irgendwo drüber stehen, ob man was abschneiden könnte. Also alles, was unsauber ist, schneidet man ab. Wie hier zum Beispiel, das, was drüber steht, das macht man schön runter. Äh, schön runter, genau, abschneiden. So, dann faltet man sich das alles so ein bisschen, weil es wirklich sehr, sehr steif ist durch den servierten Kleber. Wenn hier sowas rausguckt noch, dann aufpassen, dass man es richtig, ähm, ja, faltet. So, und dann entscheidet man sich, wie man die Tüte verschließen möchte. Und ich habe mich dazu entschlossen, im Moment noch gar nichts. Deswegen, was nehme ich denn mal? Genau, ich kann hier einfach so eine Osterklammer nehmen. So, und passt sogar farblich, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Schon wäre meine Geschenketüte, ja, zu. Oder ich mache mit meiner Lochzange hier ein Loch rein. Das will ich jetzt, glaube ich, aber gar nicht. Also, man könnte jetzt hier noch ein Loch reinmachen. Und dann hat man ein schönes Geschenkeband, oder nimmt man ein schönes Geschenkeband. Wie zum Beispiel hier das mit den Eulen. Aber das wird nicht durchpassen, denke ich mal, vom Fädeln. Hier diese Perlchen vielleicht. Kann man dann durchfädeln, Knoten rein, ähm, vielleicht noch ein paar Ostereierchen, so kleine, dranbaumeln lassen. Also kann man so, 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 so viel wieder machen. Und, ähm, ja, einfach ein bisschen kreativ sein, ein bisschen kreativ denken. Oder hier so ein Schleifchen dann oben hier irgendwie so dran. Ähm, ja. Ich finde es cool. Vor allen Dingen, man hat so viele Servietten, man kann sich dann wirklich das gestalten, wie man möchte. Und nicht gerade nur zu Ostern, ne. Es ist eine super schöne Idee, Geburtstage oder, oder. Man kann da echt sich austoben ohne Ende. Und, ähm, ja, mir gefällt es eigentlich richtig, richtig gut. Das eigentlich lassen wir weg, weil mir gefällt es nämlich richtig gut. So, und ich habe auch was reingepackt, damit das alles, damit ihr mal seht, dass man auch wirklich was Schönes verstauen kann. Und, ja, ich bin begeistert. Ich werde jetzt noch ein paar vorbereiten und, ähm, diese dann Ostern verschenken. Also, ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Meine Pinsel sind auch aufgetaucht, die ich vorhin gesucht habe. Die lagen unter der Zeitung. Und, ja, ich freue mich über eure Kommentare, über eure Meinung. Und ich denke mal, es wird jetzt das ein oder andere Bastelvideo die Woche noch kommen. Weil, ja, ich da ein bisschen aufholen muss mit den Osterbastelsachen, ne. Ich bin verschwunden. Ich wünsche euch einen super tollen Tag. Und sage bis bald. Eure Katrin. Tschüss. 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 Tschüss.